Guten Tag, ich möchte Ihnen heute den Visionet Flex mit unserer neuesten Firmware-Generationen Visionet RMShell 6 vorstellen. Der Visionet Flex ist eine modulare HMI-Plattform für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis in die Atex Zone 2.22. Das modulare System erlaubt eine einfache Montage und den Austausch von Komponenten im Feld. Die Visionet RMShell 6 ist unsere Firmware für Thin-Client-Bedienstationen und Box-Thin-Client. Sie ermöglicht eine einfache DCS-Integration und das Aufbauen von verschiedenen Verbindungen wie RDP und VNC. Das ist besonders interessant für OEMs, Anlagenbetreiber und Administratoren, die Thin-Clients und Remote-Monitore in Prozessleitsysteme integrieren möchten. Und das spielt gerade in der Chemie, Feinchemie, Pharma- und Bio-Pharma-Industrie eine entscheidende Rolle bei der Virtualisierung von Prozessleitsystemen. Die RMShell 6 ist auf dem Visionet Flex installiert und bietet eine optimale Schnittstelle zwischen HMI und Prozessleitsystemen. Setup und Bedienung sind mit der RMShell 6 besonders einfach. Nach nur wenigen Konfigurationsschritten ist sie einsatzbereit und zeigt alle relevanten Prozessinformationen an. Das Setup der RMShell 6 dauert nur ca. 5 Minuten. Die RMShell 6 steht für maximale Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit. Einmal eingerichtet verbindet sich die smarte Thin-Clients-Software automatisch immer wieder, auch bei Stromausfällen in der Produktion oder beim Neustart des Hosts-Servers. Die Nutzungsrechte können für lokale Benutzer mit der RMShell 6 auf ein absolut notwendiges Minimum begrenzt werden. Und so sorgt die RMShell 6 für eine sichere Bedienung. Die optionale Zusatzsoftware Control Center 6 von Pepperl & Fuchs ermöglicht eine zentrale Verwaltung und Konfiguration aller auf RMShell basierenden HMIs wie dem Visionet Flex und das vollkommen Standortunabhängig. So lassen sich beispielsweise Updates schnell und einfach auf allen Geräten installieren, ohne zeitintensive Lauf- und Fahrtwege. Mein Name ist Janik Klein und ich bin Produktmarketingmanager für HMI bei Pepperl & Fuchs.